Hallo Leute und Willkommen zurück bei Bioshock 2. Ja, es geht weiter und zwar wird uns jetzt was ganz tolles erwarten und zwar eine Little Sister. Naja, gehen wir erstmal hin. Mh, sieht ja total lecker aus. Oh oh, das ist nämlich Big Sister und das ist gar nicht gut, denn die will uns jetzt töten. Oh oh, ich glaube sie ist ein bisschen sauer auf uns, da wir die Glitter-Sister gerade gestört haben. Und ja, sie ist sauer auf uns. Boah, scheiße. Nein, nein! Okay. Einfach draufhauen und wir müssen uns heilen. Und wir rennen jetzt einfach mal ganz schnell weg. Oh oh, da ist sie. Oh, geh stirben! Wo ist die denn jetzt? Geht da. Boah, du hässiges Viech, geh tot! Und gehst drauf vor! So, jetzt und jetzt! Und nochmal und Bäm! Und nochmal und Bäm! Scheiße! Scheiße! Oh 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 oh! Wir sind gleich im Arsch! Oh oh oh, gar nicht gut! Und? Hallo? Hallo! Sie ist weg! Okay. Puh. Knapp, knapp! wird anderswo. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Ja, das haben wir so gerade gesehen, dass sie uns finden wird. Sie wurden sogar angegriffen. Und da ist nichts. Okay, Big Sister ist weg. Die haben wir jetzt so richtig geil verscheucht. Und ich hatte voll Angst, dass ich irgendwie sofort beim ersten Mal hier sterbe. Aber war ja ganz leicht. Ich hatte genug Dings. Ja, genau. Ich hatte genug Dings. Ja, genau. Ich hatte genug Gesundheit. Und ich habe gerade den Damm vergessen, wie es heißt. Das ist total mega fail. Naja. Jetzt suchen wir erst mal hier ein paar Sachen. Bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis... Ah, genau. Ich meinte Eve, genau. Ich hatte genug Eve. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemeck ab. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht... Vielleicht im neuen Jahr. Ähm... Okay. Alles klar. Das hat sich jetzt sowas von... Sowas von interessant an gehört. Ähm... Gut. Dann... Was ist das? Was ist das? Bohr-Treibstoff. Und unser Bohrer hat Max... Und wir haben genug Bohr-Treibstoff. So. Hier sind noch Patronen. Und jetzt. Das Big Sister. Da. Oh, jetzt kommt wieder diese gruselige Musik. Du, 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 du. Okay. So. Uh. Jetzt suchen wir mal den Ascher. Aspirin und Vitamine. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn durch die Vitamine haben wir Gesundheit gewonnen. Und durch die Aspirin, glaube ich, erhält man ein bisschen Eve. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube aber. Okay. Sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir mal hier einfach weiter. Und hier steht, wir werden im kalten Bauch des Ozeans wieder geboren. Mh. Lecker. Und da ist Feuer. Und hier steht... Und hier steht... Demeter-Banketthalle. Und da ich weiß, dass es hier wieder total spannend wird und, ja. Ja, einfach was Neues passiert, würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Und im nächsten Part geht's weiter. da ich hier weiter... ... Und da.